Ich bin kein toller Kommissar aus dem tollen Wüsten, der den Helden spülen will. Das ist jetzt hier ein freies Land, ja? Demokratie, Pressefreiheit, schon mal gehört? Ja, morgen wieder. Wissen Sie, warum Ihre Tüchter gekurrt? Meine Mädchen wollten nicht von der Welt. Wo wurden die Mädchen das letzte Mal gesehen? Und wo wollten sie hin? Einfach weg. Was passiert da? Ich mag deine Methoden nicht. Ohne diese Methoden hätten wir nicht geklebt. Weiß deine Mutter, was du da treibst. So, jetzt macht er ihr Maul auf. Du weißt nichts. Gar nichts, weißt du. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als ihr eigenen Kinder zu beerdigen. Dürfen wir uns das mal ausleihen? Aber verlieren Sie das nicht. Sie wird es brauchen, wenn sie zurückkommt. Wir wissen, wie sie verrückt. Es gibt es nicht so, aber in mir ein leaving. Aber gucken Sie mir dann auch. Ich kann mich dann schon mal einschalten.